Ich dachte, er wollte zu mir die Missionen abgeben bei mir. Gut, gut, geschafft. Verflucht, es werden immer mehr! Wirklich? Sollte da eine bessere Katzenkart sein? Da passt was nicht. Passt was nicht. Passt was nicht. Das ist doch geklitscht. Kommt uns Kaya jetzt retten? Ne, die klitschen alle. Kann dir jemand die echte Katzin zeigen? Ich brauch ne echte Katzin hier. Und kein Lego-Set. Du bist gekommen. Mein Sein. Jetzt knutschen sie herum in den Monstern drinnen. Du bist gekommen. Du bist gekommen. Ja. Nein!